Detektivarbeit im Müll um 5.30 Uhr in der Früh. Das ist keine normale Menge, die man zu Hause hat. Ich bin heute auf Abfallstreife mit Sebastian und Jan-Henrik. Sie sind Waste-Watcher, eine Sondereinheit der Hamburger Stadtreinigung. Die 2 suchen täglich nach den Leuten, die illegal ihren Müll auf die Straße stellen. Denn wer erwischt wird, muss zahlen. Das sieht nicht nach Hausmüll aus, was da rauskommt, oder? Ja, es ist alles gemischt, Restmüll würde ich eher sagen. Sebastian sucht, Jan-Henrik dokumentiert. Schließlich soll der Verursacher sich nicht herausreden können, wenn man ihn denn feststellen kann. Nicht. Frust, aber weiter geht's. Alle paar hundert Meter steigen wir aus. Immer wieder Müll, immer wieder die Spurensuche, wer hier seinen Dreck hingeschmissen hat. Und mit der Sonne kommen erste Erfolge. Ein Adressaufkleber. Also einen Hinweis hätte ich. Ja, super. Willst du den fotografieren? Je länger wir unterwegs sind, desto mehr fällt mir auf, wie frech Leute sein können, wenn es um ihren Müll geht. Ein anderer Ort. Diese Sachen hier sind zu verschenken. Einfach in der Öffentlichkeit abgestellt. Ein Phänomen, das es inzwischen in vielen Städten gibt. Leere Korken und einfach nur Plastikteile, das ist eben das, was eben hier nicht wirklich hingehört. Bei Büchern kann man sagen, das ist noch irgendwo die soziale Geste, dass man was abgibt. Ist das überhaupt erlaubt? Grundsätzlich ist das nicht erlaubt, es wird halt geduldet. Aber wenn wir, die Waste-Watcher, so was sehen, gehen wir hin und sprechen dieses Problem auf jeden Fall an. Unsere letzte Station, diese unscheinbaren Müllsäcke direkt vom Container für Elektroschrott. Stinkt, ne? Boah. Doch es wird noch schlimmer. Boah. Ist das Reis oder sind das Maden? Oh, Alter. Ich atme einmal kurz durch, während sich die beiden wacker durch den Madenmüll kämpfen. Und tatsächlich, Sebastian und Jan-Henrik finden genügend Hinweise. Dem Sünder, der diesen Müll hier abgelegt hat, droht ein vierstelliges Bußgeld. Natürlich hat man ein kleines Erfolgserlebnis, jemanden gefunden zu haben, dem das zuzuordnen ist. Allein in diesem Jahr konnten sie und ihre Kollegen bereits mehr als 7000 Müllsünder ausfindig machen, die allesamt ein Bußgeld zahlen mussten.